Ja, willkommen zurück. Sauron. Saruman unterbricht mich direkt. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Wir machen weiter. Ich glaube, wir müssen mit Lots weitermachen. Lots sollte ja auf dem Weg in den Düsterwald. 10% mehr Rohstoffe. Ist nicht toll, aber wir müssen es halt machen. Ich meine, was wir jetzt machen, ist ja sowieso alles nur noch Kür. Wir müssen ja nur noch mehr das Tierred einnehmen. Das Windwasser und das Anduin ist im Laufe der Jahrhunderte ein gewaltiger Sumpf entstanden. Okay. Diese Kurzinfos sind manchmal so... Danke. Danke für die Info. Vernichtet alle Truppen Rohans. Macht euch kampfbereit. Schneller. Ich beobachte euch. So, hier runter. Ich beobachte euch. Ich beobachte euch. Zack. Ist das der Feind? Ist er das? Macht eure Waffen bereit? Das ist er schon mal nicht. Ich beobachte euch. Es sind gefährlich eure Waffen. Oh, da ist ein End. Wir dürfen an. Weit. Weiter. 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 Nee, da war einfach ein End. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, diese Kurzinfos sind immer so lustig, finde ich. Irgendwie so. Ja. Da ist dann so entstanden, weil die beiden Flüsse zusammengelaufen sind. Das ist immer so, ja, danke für die Info. Nee, ähm, wo ich eigentlich war. Wir sind jetzt ja sowieso nur noch am... Und nicht die Ends in diesem Gebiet. Okay. Ähm, das ist ja sowieso nur noch hier so ein bisschen... Weil wir einfach Spaß an der Freude haben und jede Karte besiegen wollen. Weil müssen, tun wir hier gar nichts mehr. Also, wir müssen nur noch Minas Tirith einnehmen. Der Rest ist, wir wollen es halt einfach machen. Da ist ein End. Hier weiter gehen. Den Vorposten bauen. So, das war's auch mit dem End. Oh, das waren ja zum Glück, äh... Waren ja zum Glück Sperrkämpfer, in denen der da reingerannt ist. Guck mal, noch ein fettes Lager. Guck mal, da ist noch ein End. Sehr cool. Ich hab leider nicht 2000 Rohstoffe. Da ist noch ein End. Ich hab ihn gesehen. Ihr macht, was ich sage. Zack. So, oh. Da ist ein Gegner. So, das einnehmen. Langsam nicht mehr, was ich hier... Oh. Ich hab langsam nicht mehr genug Rohstoffe. Ist alles zu bauen, was ich hier bauen möchte. Das ist natürlich nice. Es gibt schön Punkte. Ähm... Wie sieht's denn hier aus? Was? Was? Wir werden hier aber angegriffen. Zack. 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 Türme bauen. Türme bauen. So. Machen wir mal hier weiter. Irgendwas da drüben ist. Das steht. Das steht. Wir haben den Feind vernichtet. Okay. Schon? Schön Ressourcen sammelnd. Leute. Wir brauchen Ressourcen. Niemand stellt sich uns hin. Da ist keiner. Ich krieg langsam Hunger. Da ist noch so ein Ding. Die Burg ist fertig. Ja, irgendwie einnehmen tut der Gegner hier nicht viel. Irgendwie. Weil die Karte ist wieder sehr groß, finde ich. Dafür, dass hier... Und der Feind kriegt mir einfach nichts ein. So, haben wir alle getötet? Nö, noch nicht. Es kann sein, dass wir auch schon welche verpasst haben. Irgendwie. So an den Rändern der Map. Oh, guck mal. Da ist ein kleines Feindeslager. Da ist noch ein Lager. Sperre. Sperre. Oh. Noch ein End. Aber das kann ja nicht das Hauptlager sein. Oder? Das kann schon nicht das Hauptlager sein. So, macht uns mal kaputt hier. Macht ihr mal die Türme jetzt auch kaputt hier? Zack. 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 Macht, was ich sage. Wir haben ihr Lager zerstört. Aufwachen. So. Weiter geht's. Auch nix weiter. Ganz merkwürdige Verteilung der Feinde. Ich finde sie gar nicht. Haben sie jetzt nur eine Burg da unten in der Ecke, oder wie? Aufwachen. Ich glaube, ich bin nicht in Waffen bereit. Zack. Zack. Mehr. Mehr Ressourcen. Was auch noch mit einem Multiplikator von 2,2. Also. Der Feind, der Gründer. Wir sind da sowieso sehr im Vorteil. Ist noch eine? Ist noch eine? Aber das ist nur ein kleines Lager. Ah, da haben wir es. Da haben wir es gefunden. Ich beobachte euch. Auf sie! So. Bauen wir einfach direkt den Balrog. Ich beobachte euch. Klopfen wir jetzt mal, wir sind hier drauf. Es soll verschwinden. Wir dürfen mal. Es soll verschwinden. Oh nein. Okay, danke. Ich krieg langsam Hunger. Es soll verschwinden. Nein. Nein. Ein Hit noch. Wir sind mit der Stanzweiten. Ich habe Angst. Jetzt gehen wir einfach mal rein hier. Feuer spucken. Der Balrog ist schon einfach sehr unfair. Ja, einfach. Zack. Uh. Oh, das war gar nicht so viel Schaden. Macht eure Waffen bereit. Na ja, auf jeden Fall war es das mit dem Gegner, würde ich sagen. Ja, aber wir haben die ganze Karte eingenommen. Der Gegner hat sich nicht besonders weit ausgebreitet. Wir haben den Feind vernichtet. Saurons Herrschaft über Mittelerde rückt näher. Er rückt näher. Ja, sehr schön. Damit haben wir uns den ersten Schritt Richtung dem Düsterwald. Wir haben nicht alle Ends gefunden. Schade. Aber noch vier Level gekriegt, immerhin. Ja, zehn Prozent mehr Rohstoffe. Mittlerweile, er ist schon, er ist nicht mehr ganz, er ist nicht ganz so weit hinten hier. Aber er ist noch ein bisschen MVP. Ist noch nicht ganz vorne wieder. Die Reiche der Menschen werden fallen. Sehr schön. Damit, mit diesem weisen Spruch, werden wir uns in der nächsten Mission sehen. Also, bis gleich.